Hallo, es ist wieder Freitag. Diesmal nicht von der Mainschleife und nicht aus dem Rathaus, sondern meine Woche in den Alpen. Wenig Schreibtisch, dafür sehr viel Abstand, sehr viel frische Luft und Ideen tanken für nächste Woche fürs Rathaus. Wir waren hier zum Bergwandern oder sind noch da und dann geht es jetzt bald wieder zurück. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.